Ich zeige euch heute ein paar Tipps und Tricks, mit denen ihr besser in H2F4 werdet. Wenn ihr Shift gedrückt haltet, während ihr auf nicht zugewiesene Division klickt, wählt ihr mit einem Schlag alle nicht zugewiesenen Divisionen aus und könnt diese dann einer neuen Armee hinzufügen. Haltet Shift gedrückt, während ihr auf Übung klickt und eure Truppen trainieren so lange, bis sie Erfahrungslevel 3 erreicht haben und hören dann automatisch auf zu trainieren. Im Forschungsmenü gibt es diese wunderschöne Übersicht, wo ihr sehen könnt, welche Bohne ihr aktuell in euren Fokuspunkten freigeschalten habt und schneller forschen könnt. Wenn ihr Shift gedrückt haltet, während ihr Gebäude baut, dann baut ihr automatisch die maximal mögliche Anzahl an Fabriken oder Infrastrukturen einer Provinz. Wenn ihr Steuerung gedrückt haltet, während ihr die Maus zieht, wählt ihr nur eure Marine aus. Ihr könnt euren Einheiten befehlen, Angriffe zu supporten. Haltet dafür die Steuerung-Taste gedrückt und macht einen Rechtsklick. Der blaue Pfeil zeigt euch dann, dass eure Truppen supporten. Was dazu führt, dass ihr einfacher Provinzen übernehmen könnt.